Neben dem Artikel von Christoph Schäfer möchte ich Ihnen einmal hier ein paar neue Features und verbesserte Features aus Gimp Version 2.10.4 etwas näher bringen. Der Code wurde von Grund auf neu konzipiert und es hat mit dem Farbmanagement einige Verbesserungen gegeben und auch eine neue Grafikengine liegt hier zugrunde. Lassen Sie sich die aus meiner Sicht wichtigen Dinge für die Arbeit mit Gimp etwas näher bringen in diesem Video. Als erstes möchte ich mit den Einstellungen beginnen. Hier etwas unschön erscheint ein Fenster und das heisst, man soll hier diesen X-Code laden und installieren. Das wird oder ist bereits von den Entwicklern behoben worden. Also diese Meldung, die können Sie einfach ignorieren und auf den Knopf später klicken. Das erscheint in der Gimp Version 2.10.5 nicht mehr. Diese kleine Unschönheit, die ist bei dem nächsten kleinen Update behoben. Ich möchte mal beginnen mit der Oberfläche. Wenn wir hier auf die Oberfläche gehen, als erstes die Sprache wichtig, um einzustellen. Dann haben wir Themen. Die Themen können Sie so abändern. Einfach auf die jeweilige Zeile, Gray, Light und so weiter klicken. Ich persönlich bevorzuge jetzt hier, ich habe mich daran gewöhnt, auf Dark und dann haben wir Symbolthemen. Eigentlich ist jetzt alles schwarz-weiss, auch die Symbole. Wenn Sie hier drauf gehen, haben Sie die Möglichkeit, die Symbole so anzupassen oder mit Color, wie es, soviel ich weiss, in den ganz früheren Versionen ausgeschaut hat. Auch da lasse ich mal die Symbolik modern, schön alles einheitlich, grau. Wir gehen zum Farbverwalten, also Farbverwaltung, Farbmanagement. Das habe ich mal aktiviert. Ich habe das Monitorprofil hinterlegt. Ich habe einen Proof-Farbraun hinterlegt. Und hier unten sind meine bevorzugten Profile. Ich habe sRGB und Graustufenprofil, da sehen Sie, habe ich keines. Ich habe mir jetzt so ein Graustufenprofil auf den Desktop kopiert, weil Sie sehen, ich habe nicht die Möglichkeit, hier eines auszuwählen. Ich habe mir ein Graustufenprofil, wie gesagt, auf den Desktop gelegt und werde nun den Schwarzkanal von ISOCoder V2 als mein bevorzugtes Graustufenprofil hier hinterlegen. Ich habe als Regel eingebettete Profile der Bilder beibehalten. So sehe ich immer, wenn jemand mir ein Bild zusendet, wie es in seinem verwendeten Arbeitsfarbraum ausgeschaut hat. Das einmal zu den Grundeinstellungen von GIMP. Bevor ich arbeite, auch noch, ich habe die Möglichkeit, das Ganze so zu gestalten, wie es früher war. In dieser Art und Weise, wo ich dann den Hintergrund sehe, ich bevorzuge Fenster-Einzelfenster-Modus, um dann GIMP auf meinen ganzen Monitor-Arbeitsplatz auszubreiten und anzupassen. Das sind einmal die wesentlichen Grundeinstellungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017